Hallo, ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, aber Blizzard hat heute bekannt gegeben, wie viele Menschen Legion zum Start, zum Launch gekauft haben. Bedeutet also, den ersten kompletten Tag, den 30. August, wie viele Leute sich an diesem Launch-Tag Legion gekauft haben. Und es waren 3,3 Millionen Menschen, beziehungsweise 3,3 Millionen Exemplare, einige konnten ja vielleicht doppelt gekauft haben, wurden an diesem Tag verkauft. Damit reiht sich Legion in eine Reihe von anderen Erfolgen von Blizzard ein. Nämlich genau dieser Wert, 3,3 Millionen, trifft auch auf Wrath of the Lich King, nein, gar nicht, auf Cataclysm und auf Warlords of Draenor zu, also die letzte Erweiterung. Allerdings hat Legion es geschafft, in dieser ersten Woche seit Launch die meisten Spieler kontinuierlich weiter zu begeistern für das Spiel. Also bedeutet, dass die meisten Spieler seit Cataclysm innerhalb dieser Woche kontinuierlich eingeloggt waren. Was für mich persönlich ganz klar auf der Hand liegt, denn anders als zum Beispiel auch in Cataclysm gab es in dieser Zeit sehr, sehr viel Content und keine Probleme. Wenn ihr euch da nur an Warlords of Draenor erinnert, ich denke, viele Leute werden einfach abgeschreckt worden sein von dem unglaublich holprigen Start und dann vielleicht gar nicht mehr wieder eingeloggt sein, nachdem das Ganze am Anfang schon nicht funktioniert hat. Nur mal kurz zur Übersicht, The Burning Crusade hatte 2,4 Millionen Verkäufe am ersten Tag und 3,5 Millionen im ersten Monat. Bedeutet also, Legion ist da ungefähr auf dem ähnlichen Wert. Wrath of the Lich King hatte 2,8 Millionen am ersten Tag und 4 Millionen im ersten Monat. Da ist Legion noch nicht ganz bei. Cataclysm hatte 3,3 Millionen am ersten Tag und 4,7 Millionen sogar im ersten Monat. Das ist schon eine ganz schöne große Menge. Mist of Pandaria fällt da ein bisschen raus, weil die hatten 2,7 Millionen in der ersten Woche. Bedeutet also nicht mal als am ersten Tag. Wer weiß, wie schlecht die Verkäufe von Mist of Pandaria am ersten Tag waren. Aber naja, für mich ja auch persönlich das schlechteste Head-on. Persönliche Meinung, no offense an Leute, die es mögen. Und ja, Legion eben genau wie Warlords of Draenor 3,3 Millionen Spieler in diesem ersten Tageszeitraum und sehr, sehr viele Leute in der Woche. Mich wundert das nicht. Legion ist einfach ein unglaublich gutes Head-on. Mein persönlicher Eindruck auch deswegen hier nochmal von Legion ist für mich einfach ein fulminantes Head-on. Also ich fand Warlords of Draenor schon wirklich gut im Vergleich, im direkten Vergleich zu Mist of Pandaria auf jeden Fall besser. Hatte natürlich so seine Schwächen, vor allen Dingen der Content im langfristigen Bereich. Da bin ich mal gespannt. Aber ich finde auch den Anfangskontent macht Legion schon mal besser. Heißt ja nicht nur, weil ich persönlich fand, dass der Warlords of Draenor Content gut war, dass Legion es nicht besser machen kann. Und für mich persönlich hat Legion es ganz eindeutig besser gemacht mit dem ganzen Content, der da ist. Einfach angefangen bei den Klassen. Also ich finde persönlich, auch wenn viele Leute sich darüber aufregen, dass diese Klassen, beziehungsweise die einzelnen Spezialisierungen dieser Klassen teilweise sehr viele Fähigkeiten verloren haben. Das stört einige. Mich persönlich nicht. Denn ich finde, dass das gerade die Klasse ein bisschen interessanter macht. Beim Schurken zum Beispiel. Ich weiß nur noch, einer der Schurken, eben der Meuchler, hat Gifte. Aber auf der anderen Seite unterscheidet das doch endlich mal diese Spezialisierung. Ich finde, es war immer so eine Blackbox. Ja, Schurke, wer weiß. Irgendwie Gifte von hinten, all sowas. Ja, das waren Schurken für mich. Ich hatte überhaupt keine Ahnung davon, was da jetzt die einzelnen Klassen, irgendwie Dolche, Schwerter. Ja. Aber jetzt ist das alles ein bisschen klarer für mich persönlich als ein bisschen Außenstehender, der einfach nur mal die Artifakt-Festline gemacht hat, wo wir schon übrigens beim nächsten sind. Denn abgesehen davon, dass diese Klassen-Spezialisierung und die Klassen sich einfach nochmal ein bisschen deutlicher unterscheiden, auch wenn sie vielleicht keine 50 Knöpfe mehr haben, wovon man sowieso zwei Drittel nicht braucht, finde ich aber, dass diese Artifakt-Geschichte das Ganze nochmal ein bisschen individualisiert und auch so diesen Level-Weg nach Erreichen der maximalen Stufe so ein bisschen auszeichnet. Ich meine, ich habe jetzt hier, gerade bin ich auf meinem Dämonenjäger eingeloggt. Ich hatte so ein bisschen einen Struggle persönlich zu finden, was für eine Klasse ich spiele, wenn ich euch das mal kurz demonstrieren darf. Ich habe drei Klassen inzwischen auf Stufe 110, habe mich jetzt aber dafür entschieden, den Dämonenjäger als Manger eigentlich zu spielen und dem jetzt meine meiste Aufmerksamkeit zu schenken, weil ich einfach sehr enttäuscht war, leider Gottes, von meinem Mönch. Und der Decay, ja, es war ganz nett, aber T-Ken hat mir davon abgeraten und nachdem ich beim Mönch schon nicht auf T-Ken gehört habe, habe ich mir gedacht, mache ich das jetzt mal und nehme eine der Klassen, die er quasi für ganz okay befunden hat, beziehungsweise den Demon Hunt hat er nicht als die beste Tank-Klasse, also als die stärkste, aber ich persönlich mag sie einfach am meisten und deswegen habe ich mich dafür entschieden, hier beim Dämonenjäger zu bleiben und muss halt wirklich sagen, dass so dieser Weg, den man halt questen kann, eben im Artefakt-Baum, der ist schon, ja, was Besonderes und macht das Ganze schon cool und macht das Ganze besonders, eben hier dann einen neuen Skill zu machen, den kann ich mir übrigens kaufen, fällt mir gerade auf und kann das Ganze halt hier weiter ausgillen und das finde ich ganz nett und macht Spaß durchaus und da muss man einfach mal schauen, wie das Ganze sich natürlich langfristig weiterentwickelt innerhalb der Erweiterung. Ich denke, dadurch, dass man ja nachdem man alle Boni aus dem Artefakt-Baum gekauft hat, geht es ja immer noch weiter mit den zusätzlichen Punkten, durch die man dann halt ein bisschen besser wird mit seinem Charakter, finde ich nicht schlecht und das muss man dann nochmal gucken, wie sehr einem das vielleicht irgendwann annervt. Ich finde aber, dass auch für Twings, beziehungsweise Odd-Charaktere, also alternative Chars, dass das Ganze so ein bisschen einfacher macht, auf jeden Fall als die legendäre Ring-Quest-Line, die ich ja immer kritisiert habe, falls ihr euch richtig, ja, daran erinnert und das gefällt mir jetzt auf jeden Fall besser. Das ist auf jeden Fall, ja, von mir definitiv gut. Genauso das Endgame, also ich sag mal, Suramar ist natürlich so eine Geschichte, ich weiß, viele Leute hassen Suramar und mögen es nicht, ich persönlich finde es echt ganz cool, ich habe da jetzt einige Zeit auch verbracht, bin, wie gesagt, mit meinem Dämonenjäger gestern Level 110 geworden, habe mir ein bisschen die Nächte um die Ohren geschlagen, bin jetzt bei 2500, glaube ich, knapp, von wohlwollend auf respektvoll, bin natürlich da ein bisschen zurück, ich brauche ja 8000 Ruf hier, von wohlwollend auf respektvoll, um die beiden fehlenden Instanzen freizuschalten, neben den Akkus und den Hof der Sterne, leider habe ich den noch nicht, aber ich finde halt, Suramar ist ja irgendwie, ist es halt sowas wie dieses alte Daily-Quest-Gebiet, auf eine Art und Weise, aber ich finde, die machen das hier nochmal ein bisschen besser. Natürlich gibt es hier auch so Daily-Quests in Form der World-Quests, wo ich ja gerade nur eine noch von habe, dazu gibt es hier aber einfach diese Story. Also für mich ist Suramar deswegen schon ein besonderes Erlebnis, es macht Spaß und das hätte ich nicht unbedingt gedacht, dass es Spaß macht, genauso wie übrigens auch, abgesehen von Suramar, die World-Quests, die sich hier jetzt langsam reinladen, die ich heute dann ein bisschen vernachlässigt habe, wie viel Artefakt mir da fehlt, beziehungsweise auf mich wartet, toll, weil ich habe natürlich hier einfach sehr viel in Suramar gemacht, das kann ich dann gleich machen und ja, eigentlich gibt es immer was zu tun, und wenn ich möchte, die geht halt irgendwann weg, Gott sei Dank. Man kann die Sachen auch ein bisschen ignorieren, natürlich, man muss nicht immer alles machen, aber es ist einfach immer was zu tun. Deswegen ist das Endgame jetzt momentan sehr, sehr gut. Ich finde auch die Instanzen, die mythischen Instanzen, die momentan als Maximales zur Verfügung stehen, wirklich gut, weil wenn man, sage ich jetzt mal, noch nicht die Ausrüstung hat zu Beginn, sind wirklich hart und natürlich fährt man mit einem gewissen Item-Level da irgendwann auch durch, das ist ja klar, es ist halt immer eine gewisse Gear-Frage gewesen, selbst in Cataclysm, wo die Firmware-Instanzen am Anfang ja doch recht schwer waren, war das auch immer nur eine Frage des Gears, wenn man da irgendwann einfach bessere Ausrüstung hatte, wurde das Ganze besser. Ich bin da sehr gespannt auf die Mystic Plus Instanzen, die sind sicherlich sehr, sehr cool nochmal und werden das Ganze auf jeden Fall nochmal upgraden, das gefällt mir, da bin ich gespannt, wie das Ganze wird, da müssen wir mal schauen, ja, und ja, ansonsten gefällt mir einfach das Endgame sehr, sehr gut, ja, Instanzen, Raids sowieso, die habe ich ja schon getestet auf dem Beta-Server, von daher bin ich mir sicher, dass die hier auch weiterhin bei mir Anklang finden werden. Natürlich muss man sagen, dass es insgesamt einfach auch so ein bisschen eine Subjektivität gibt, ne, ich persönlich bin ja momentan in der Gilde, in Harmony, seht ihr oben auch das Logo eingeblendet, zumindest eine Variante des Logos, und dadurch muss ich sagen, bin ich einfach sehr zufrieden, weil ich wieder mit Leuten spiele, anders als zum Beispiel in Mist of Pandaria, wo ich eben keine eigene Gilde hatte und wo ich nicht so entsprechend zufrieden war, dass es mir sehr, sehr viel Spaß macht aufgrund dessen und ich hier sehr viel Lust hatte, jetzt so die ersten zwei Wochen des Septembers, oder, na, was heißt die ersten zwei Wochen, die ersten acht Tage des Septembers so ein bisschen zu verschwenden, um sehr viel WoW zu spielen. Das lohnt sich für mich aus meiner Sicht, denn WoW macht Spaß und jetzt in Zukunft werde ich es dann ein bisschen ruhiger angehen lassen natürlich, aber wir werden natürlich raiden, wir machen ja nur eine Zweitages-Raid-Gilde, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, hier auf dem Server Blackhand Horde und da freue ich mich jetzt natürlich auch nochmal drauf. Falls ihr übrigens mitraiden wollt, also falls ihr jemand seid, der wirklich, und das sage ich jetzt so, wir raiden zwar nur zwei Tage, wollen da aber so gut wie möglich sein innerhalb dieser zwei Tage. Wir schauen natürlich, was ist machbar, was ist drin, aber innerhalb dieser zwei Tage wollen wir eben so gut wie möglich sein. Deswegen, falls ihr euch bei uns bewerben möchtet, könnt ihr es gerne machen, ihr könnt mir eine E-Mail schreiben, an patrick.wenden.eu. Wir suchen zum Beispiel Jäger auf jeden Fall im Moment, Todesritter wären auch vielleicht nicht schlecht und andere Fernkampfklassen, da könnt ihr euch mal überlegen. Keine Hexenmeister eigentlich, weil die sollen ja nicht so gut sein, da habe ich schlechtes nur von gehört. Von daher, falls ihr irgendwie sowas spielt und auch ein bisschen Raid-Erfahrung habt, meldet euch doch einfach mal. Und falls ihr auch wirklich Bock habt auf eine Zwei-Tage-Skill, denn euch das nicht zu wenig ist und ihr da eben im Ganzen gerne mal eine Chance geben wollt, dann meldet euch bei mir, patrick.wenden.eu. Und wir haben jetzt im Moment nämlich so, ich sag mal, um die 20 Leute knapp, also ein bisschen drüber, so 22 sind es im Moment, aber das Ganze würden wir halt nochmal so für drei, vier Plätze auffüllen und auf so 25 Plätze hochstufen, damit wir zumindest einen kleinen Puffer haben. Natürlich ist bei einer Zwei-Tage-Gilde es nicht unbedingt nötig, dass man unbedingt jetzt hier ja unendlich viele Leute mehr hat, als man braucht, aber ein bisschen was sollte man halt schon mehr drin haben. Darum meldet euch sehr, sehr gerne, falls ihr Interesse daran habt. Einfach eine Mail schreiben, einfach mich anschreiben. Das Wichtigste für mich ist immer irgendwie ein View-Over-Progress-Link. Ist natürlich jetzt nicht so viel aussagekräftig, deswegen haben wir jetzt auch noch nicht so viel bei View-Over-Progress stehen, weil wir ja noch nicht raiden. Aber trotzdem interessant, um eure Vergangenheit, vergangene Raiderfahrung vielleicht so ein bisschen zu sehen und natürlich die Armory. Ja, so ein bisschen was zu euch könnt ihr natürlich auch noch schreiben. Das einfach schicken per E-Mail an Patrick Ebenenew, falls ihr Bock habt, mitzuspielen. Und ich freue mich darauf, ihr werdet das Ganze immer wieder auch mal im Stream sehen. Ich weiß nicht, ob ich jeden Raid streamen, das müssen wir mal gucken. Müssen wir ein bisschen untereinander besprechen. Und ich hoffe, dass ihr Lust darauf habt, wenn ja, einfach mal mit dabei sein oder das einfach verfolgen von außen, selber in eurer Gilde spielen. Ich persönlich finde wirklich Legion ein geiles Set-On. Mir macht Spaß. Und ich hoffe, euch da draußen auch. Sagt uns doch einfach mal eure Meinung zu Legion, zu den Ergebnissen jetzt von Blizzard, zu den Verkaufszahlen, all sowas. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Euer Venian.